Md5Works, ja hallo und willkommen zu geballern Silvester Teil 12 in diesem Jahr Teil 3. Wir starten mal hier mit schönen Knisterteufeln und zwar Feuertöpfe Pink Crackling. Da sind noch zwei Stück drin. Alter, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ich hatte nur die Knisterteufel, wo die gemixten drin sind, aber da müssten die ja eigentlich auch drin gewesen sein. Naja, jetzt ein bisschen mehr Abstand. Sehr geil, mega, brutal. Die gehen ab, Alter. So, machen wir mal die Schreckschrauben. Willst du die vielleicht mal kurz anzulösen? Ja, kannst du dir auch die... Mal deinen Feuer rein. Einfach, du musst die weg, also schmeißt die noch weit weg, weil die fliegen auch. Aber weit schmeckt, weißen dass du. Ja. Alter, okay, der ist ein bisschen scheiße. Soll ich noch einen machen oder was? Ja, werf den vielleicht lieber nach da. Nicht, dass der da in die Scheibe geht, ne? Ja, dann nach da. Oder warte, wie weit fliegen, in welche Richtung fliegen die? Weiß man nicht. Oder stell den einfach hin. Hinstellen, dann fliegt der nach oben oder was? Ja, geht. Man weiß halt nicht, wo die hinfliegen. Alter. Alter, Junge. Oh. Komm, mach die auch alle hier. Alles wecker. Hinsetzen wir das? Soll ich hinstellen, Leute? Ja, komm, mach alle drei auf einmal jetzt hier. Soll ich alle drei auf einmal, nee, das geht doch nicht so schnell, kann ich auch gar nicht zünden, oder? Warum? Oder komm, ich hol auch noch ein Feuer raus. Ja, warte, ich hab auch noch eins, dann kann ich zwei auf einmal anzünden. Komm, ich mach zwei, du machst eins dann. Sicher? Ja. Okay. Aber es ist der Ende. Mach du es erst, genau. Ey, nicht, dass die hier... Sehr geil. Was sind das für Dinger, Digga, die du mir echt krachst? Ahaha, das ist da hinten reingekracht. So. Wir sind auf deinem Dach. Auf das Dach da. Jetzt haben wir hier die, wo wir sollten vielleicht, ich weiß nicht, ein paar größere, damit wir die befestigen können. Boah, das fällt hier alles auseinander. Ja, wäre besser. Komm, wir machen mal. Sehr gut, das ist doch gut. Ja, wir machen hier die Colortanda von Argento, fettes Teil. Das jetzt, Salud. Das ist einfach spannend. Hier oben. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Alter, dieser Halle ist so brutal hier. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Oh, da kommen wir jetzt weg. Das ist für mich egal. Für mich. So. Jetzt reinstecken, wenn das geht. Ja. Jetzt die, meine allerletzte, und zwar die Brokat Gold Rakete von Argento. Das ist meine letzte, die habe ich noch vom letzten Jahr. Die sind krass, Alter. Ja. Wow. Wunderschön. Machen wir die Skala 25b jetzt. Kommst du mit mit dem Licht? So. Anzinschnur die erste, genau. Die ist hier. Die ist hier. Auch geil. Das Ding brennt. Das Ding brennt. Das Ding brennt komplett. Alter. Ey, die ist zum Schluss umgekippt. Zum Glück war das der letzte Schuss. Das Ding brennt. Ja. So. Alter. So, jetzt machen wir hier. Hast du Licht gerade? Ja. Die Silber Rakete Gold Palme Grün Blinker. Das ist, glaube ich, von dem Silber Raketen Set auch meine letzte, nur noch auch vom letzten Jahr übrig. Ich glaube, so einen fetten Teil im Dunkeln gab es noch nie. Nur Raketen, Batterien. Dieser Hall ist so geil hier. Geht ab, Junge. So, dann machen wir jetzt. Komm, machen wir mal hier kurz Screamshots auf Schlag. Ja, meine Lieblingsbombenrohre. Oh ja, so nett. Das ist nicht so nett. Ne, Böller gerade nicht. Irgendwas. Was? Irgendwas. Ja, Batterien. Mach die als nächstes, oder? Ja, jetzt die Gold. Ja, egal. Geht schon. Wo sind die Anzugschnur? Ticke. Die fällt doch nicht um, oder? Ist doch hoffentlich nett. Hoffentlich nett. Gold von Leslie. Kleine Batterie. Ja, klein aber fein. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ne, gell? Dann machen wir jetzt hier die Fusion von der Pyro Web Edition. Mal gucken, wie die ist. Auch erst mein erstes Mal, dass ich die zünde. Schnell ist es ein bisschen nass. So, das soll schon funktionieren. So, das soll schon funktionieren. So, das soll schon funktionieren. Ja, da fand ich die Mikro und die Stroke ein bisschen besser. Und jetzt als Finale. Oder ich denke mal später kommt noch was. Aber jetzt erst mal die Veronika von Argento 30 Millimeter Kaliber. Also richtig fett. Das höchste. Das ist da. 30 Millimeter ist das höchste, was in Deutschland erlaubt ist. Nicht, ich glaube 13 Schuss, aber dafür sollte die sehr abgehen. Wir haben hier ein paar Zuschauer. Bis zum Boden fallen. Krass. Sehr schön. Die fallen wirklich bis zum Boden. Der Rauch, krass. So, mehr habe ich, glaube ich, jetzt gerade nicht hier. Das war es dann erst mal. Bis dann. Jetzt ein Sputnik von Leslie in Grün. Mach an. Ich weiß nicht, dass die Plastiker geschrien hat. Wild. Ich nehme gar nicht jetzt erst. Die Mikro vom Pyro. Wunderschönes Teil. Richtig geil. Ich sehe, ob das noch raucht. Memories von Gau. Es war so. Und sagt Pyro. Herz brennt Dezember, Rauch steht auf Straßen wie Gangster Wenn die Tüte in der Hand meine Kinderträume trägt Und ein Blitzknallgewitter durch die Winterwolken fickt Und die Boys stehen im Park schenken, weil sich China knallt Runde Blitze überall, es ist Silvester, ich schieß ein Bündel raus